Dazu gibt es jetzt auch ein tolles Lied und wir haben eine ganz kleine, junge Künstlerin heute hier bei uns, die Humana. Sie wird uns also hier, unsere Mahnwachen-Band, heute begleiten. Keiner will sterben, das ist doch klar, wozu sind denn da Kriege da? Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren, du musst das doch wissen, du kannst mir das mal erklären. Keine Mutter will ihre Kinder verlieren und keine Frau ihren Mann. Also, warum soll das denn losmarschieren, um Menschen zu ermorden? Mach mir das mal klar, wozu sind die Kriege da? Herr Präsident, ich bin jetzt acht Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt, wofür sind wir aufs Spiel gesetzt? Das Leben all der anderen, sag mir mal warum. Sie laden die Gewehre und bringen sich gegenseitig um. Sie stehen sich gegenüber, könnten Freunde sein. Doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot. Ich bin das so bekloppt, warum muss das so sein? Hat mir alle Milliarden Menschen, überall auf der Welt, gefragt, ob sie das so wollen, oder geht's doch auch um Geld? Wie viel Geld für die wenigen Boxen, die Potzer und Raketen bauen. Und dann Gold und Brillanten kaufen, für jede eleganten Frauen. Und dann geht's da nebenbei, auch um so religiösen Zwist, dass man sich nicht einig wird, welcher Gott nun der Wahre ist. Oder was gibt's denn auch für Wunde, die ich genauso bescheuert find? Oder vielleicht kann ich's auch nicht verstehen, wozu Kriege würd ich sind? Ich bin wohl noch zu klein. Ich bin ja noch ein Kind. Ich bin ja noch ein Kind. Ich finde das total mutig, in dem Alter sich hier vorne hinzustellen und zu singen in der Öffentlichkeit. Ganz klasse.